Liebe Leute, ihr habt sicher schon gemerkt, die Adventszeit ist da. Jetzt wird es gemütlich. Wir zünden uns die Lichter an. Und auch ein schöner Duft darf nicht fehlen. Für die richtige Stimmung brauchen wir jetzt nur noch die passende Musik. Und für die Musik haben wir gesorgt. Wir sind Herzgetöne und das ist unser Album Liebgut. Das Album könnt ihr hören auf Spotify und allen anderen Musikstreamingdiensten. Und wenn ihr dieses wunderbare Stück Musik zu Weihnachten verschenken wollt, dann könnt ihr die CD auch käuflich bei uns erwerben. Ich wünsche uns allen zauberhafte Raunächte. Ach, bitterer Winter, wie bist du kalt. Du hast entlaubet den grünen Wald. Du hast verblüht die Blümlein auf der Heiden. Du hast verblüht die Blümlein auf der Heiden. Die bunten Blümlein sind vor dem Fall. Entflohen ist uns Frau nach die Gall. Sie ist entflohen. Wann wird sie wieder singen? Sie ist entflohen. Wann wird sie wieder singen? Du hältst gefangen des Lichtes Schein. Du hältst gefangen des Lichtes Schein. Und lässt die Tage uns dunkel sein? Sag, wann wird uns die goldene Sonne leuchten?